Und ein Moinzen zu diesem ersten Teil vom Zweiteiler, ja wir hatten vor kurzem mal einen Dreiteiler, jetzt ist es ein Zweiteiler heute, auch beides ja rein Audio, auch hier bin ja auch glaube ich immer recht transparent zu euch, ganz simpel auch in erster Linie Nummer 1 wegen Aufwand, sag ich dir wie es ist, Rechercheaufwand, dies, das und so weiter, finde ich einfach verkürzt. Vielleicht auch nicht, irgendwie schade das alles dann wieder in ein Video reinzupacken, dass eine Stunde sonst was geht, ich weiß, ihr schaut euch auch das in Summe an, das freut mich auch wieder super, also für mich selber auch, für den Kanal auch, bla bla bla, packe ich das mal in zwei Videos getrennt, aber hier auch thematisch finde ich komplett sinnvoll getrennt, weil das jetzt kommt, ist halt, ich sag mal, Nachberichten alles rund um Frankfurt und das im nächsten Ding sind dann VfB News und eben alles rund um Bremen, das heißt, vielleicht auch wenn dir irgendwer sagt, ey, Frankfurt ist fast eine Woche vorbei, das juckt mich nicht, dann kannst du dich auch nur das Bremen-Ding angucken, also auch thematisch clever getrennt, aber auch rein wegen Aufwand, plus auch hier, ich gehe davon aus, dass wir dann längere Dinger werden und wenn ich wirklich weiß, es kommt richtig viel und auch ein Skript und so Geschichte und richtig viel zu labern, finde ich einfach angenehmer, das hier quasi ohne noch drauf zu achten, dass ich keine Gesichtskirmes habe oder was auch immer, einfach entspannt auf Audio rauszuhauen, auch mit der Kamera, auch dann natürlich nochmal der Aufwand, riesige Dateien, bla bla blub, deswegen dafür doch die Erklärung, wenn lang ist, wenn viel Inhalt ist, dann mache ich es meistens einfach, weil es entspannter ist, so bin ich ganz ehrlich, einfach nur rein Audio, auch für euch vielleicht entspannter, sich das irgendwie als Podcast runterzuladen oder sowas, wenn es lange dauert, als dann auch noch irgendwie mich dann, ja, vom Bildschirm wackeln zu sehen oder so, plus den riesen Mehrwert hat es ja auch nicht, mein Gesicht noch dazu zu sehen, sag ich mal, in kurzen Videos ist das vielleicht ein bisschen besser, kurz und knackig vielleicht noch, aber jetzt hier erwarte ich mal, dass es ein bisschen länger dauert, weil der erste Punkt, kommen wir jetzt endlich mal, äh, auch zum Start hier, äh, ist das Thema Polizei gegen Fans und ist das Thema in dem Fall Frankfurt-Fans und ich habe es schon angekündigt, wenn ich hier durchgehe oder im Audio, in meinem Podcast-Stil quasi durchgehe, habe ich es meistens einfach vor mir, dass ich Tabs durchgehe, wenn ich in irgendwelchen Google-Notizen auch noch ein paar, ja, Sachen mal zuschreibe oder, ja, irgendwas nie noch zusammenfassendes mir hinschreibe quasi, wo ich durchgehe, jetzt diesmal, ähm, wird es echt nur im nächsten Video so sein, mit den VfB-News, wo ich Tab für Tab durchgehe, was eben schneller, kurz und knackiger abzuarbeiten ist, die VfB-News, ne, ist ja ein Format, wo es schneller durchgeht, jetzt hier für Polizei gegen Fans habe ich mir was hingeschrieben, ähm, jetzt gleich auch für, ja, alles, was nach dem Frankfurt-Spiel war oder was zum Frankfurt-Spiel war, inhaltlich, spielerisch und so weiter, Statistiken auch was runtergeschrieben und genauso auch für Vorbericht mäßig, äh, für, für Bremen, einfach um ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen, ähm, und gerade hier auch bei Polizei gegen Fans so ein bisschen auch dem, ich sag mal, meinem eigenen Anspruch in dem Sinne gerecht zu werden, weil ich mit der Auseinandersetzung von mir bisher nicht so ganz zufrieden war, ähm, dieses Thema immer anzusprechen, ist ja eh ein sauschweres Thema so, ne, um mich so ein bisschen selber in Schutz zu nehmen fast, ist eh ein sauschweres Thema, Polizei gegen Fans, da wirst du, da wird keiner die goldene Lösung haben aktuell, die gibt's einfach nicht, aber eben auch hier nicht so, nicht so ein Wirrwarr zu haben, nicht so ein Durcheinander zu haben zwischen den Parteien auch, sag ich mal, zwischen Polizei und Fans so Geschichten, was war jetzt ein Fakt, was ist eine Meinung, was kam von den Fans, was ist belegt, ne, so Geschichten, deswegen hier ein, wenn ich mir das mal angucke hier, ein längerer Part, wie schon angekündigt, ähm, zu dem Thema Frankfurt, Auswärtsspiel, dem Thema Fans, Polizei, Auseinandersetzung, was wir da hatten, ähm, gehen wir mal hier rein in das ganze Ding, hat er ja auch schon was gesagt im Fazit-Teil, äh, vom Stadionvlog in Frankfurt, deswegen da auch gerne mal reinschauen, wenn ihr da Bock drauf habt, auch gerne die Stimmung und sowas, natürlich nochmal, war richtig geiles Spiel in Frankfurt, was Ergebnisse und sowas angeht, was unsere Stimmung angeht, ähm, ja, Frankfurt stimmt natürlich nicht, was jetzt hier auch dann gleich rüberkommt und eben auch begründet ist, weshalb und was da jetzt genau passiert ist, ähm, ähm, Thema, das polarisiert und sowieso schwierig ist, ähm, und wie schon gesagt, habe ich auch nochmal stehen, das war jetzt so ein bisschen in der Spielphase natürlich einfach, weil ich mir Stichpunkte mache im Stadion, in der Notiz-App rein direkt und die quasi übernommen habe in der Spielphase, das heißt, da war halt nicht die große Hintergrundinfos dabei, das war ein Gefühl aus dem Stadion, Gefühl nach einer, äh, Heimreise mit der Bahn und so Geschichten, haben halt diese Hintergrundinfos und sowas gefehlt, deswegen auch durchaus teilweise auch berechnete Kritik an manchen Punkten, die ich eben zu dem Thema, was ist da vorgefallen, mit Frankfurt-Fans und Polizei gemacht habe, ähm, so aus dem Affekt raus einfach nach dem Spiel, ähm, deswegen jetzt ein paar Tage vergangen, gab Berichte, gab Statements von beiden Seiten, Polizei und Fans, Fan-Hilfen und so weiter, ähm, und dadurch kommt jetzt schon doch auch eine recht klare Darstellung, äh, raus, was passiert ist, ich gehe erstmal durch, was quasi Fakten sind, was berichtet wurde, was klar zu sein scheint, und danach ein bisschen Bewertung, sag ich mal, der Seiten, Fans, Polizei, Polizei gegen Fans, wie auch immer, ähm, eben diesem Konflikt, äh, vom Samstag Anfang war eine Ticketkontrolle vorm Frankfurter Stehbereich, ne, Stimmungsblock, äh, wie auch immer, Block 40, äh, wurde da genannt, ähm, also halt, ne, bei der Fanszene, Ultraszene, wie man es jetzt genau nennen möchtest, ähm, von einem Ordner, der wohl in Zivil war, ähm, der wollte da halt ein Ticket sehen, ne, ist halt Einlass, ist ja klar, ähm, hat dann einen aufgehaltenen Fan aufgehalten, ähm, weil sich da wohl halt wieder mehrere Leute durchdrängen wollten, in den Blog rein, ohne Ticket zu zeigen, einfach rein, so, ähm, und darauf, äh, sind dann, ähm, so wurde es beschrieben, wie, gehe ich jetzt gerade viel drauf ein, in dem wirklich auch sehr guten und auch sehr neutralen Statement von Eintracht Frankfurt selbst danach, nach einem, mit ein paar Tagen Abstand formuliert, ca. 20 Personen auf den Ordner los, körperlich, mit Schlägen und so weiter, ähm, haben auch da, äh, viele Augenzeugen in den Kommentaren auch berichtet, was da so passiert ist, hier bei dem Fußball 2000 Kanal, der sich auch in Frankfurt dreht, ähm, deswegen auch da gerne in Kommentare, du lesen, wen das noch ein bisschen tiefer interessiert, ähm, und darauf hat natürlich Verstärkung gerufen, der Ordner, ne, ist ja klar, ca. 15 Polizeikräfte, schreibt Frankfurt, und auch die, war irgendwie klar, auch die wurden dann sofort attackiert, und daraus, das war noch vor dem Blog, ne, scheinbar, ne, Eingang, ne, Ticketkontrolle und sowas, ähm, haben sich eben diese kranken Szenen entwickelt, die wir, glaube ich, die meisten, die sich damit interessiert, damit auseinandersetzt, beim Spiel auseinandersetzt haben, auch schon gesehen haben, auf Social Media, ganzen Clips, Fans, die mit Bechern und diesen, ja, Absperrungsmetall geht dann, sag ich mal, auf Polizei werfen, die Antwort natürlich auch, ne, mit, mit ihren Mitteln, mit Pfefferspray und so weiter und so fort, Frankfurt schreibt davon mehr als 100 verletzten Ordner und Sicherheitsmitarbeitern, aber eben auch, ebenso, äh, mehr als 100 verletzte Fans, genaue Zahlen in beiden Bereichen natürlich erstmal schwierig, vor allem bei den Fans auch schwierig, das aufzunehmen, ne, durch persönliche Meldung bei Frankfurt und so Geschichten, also, wird sicherlich auch ein bisschen höher sein, als die Zahlen, die da jetzt sind, ähm, ganz klar ist auch da, dass es eben bei dem Polizeieinsatz sehr, sehr viele, völlig unbeteiligte Fans erwischt hat, auch Kinder, ähm, aufgrund eben von großflächigem Pfefferspray-Einsatz zum Beispiel, ähm, auch so ein Thema, was ich oft gelesen habe, irgendwie Pfefferspray ist auch verboten und die UEFA verbietet es oder sowas, ich habe jetzt mal ganz kurz irgendwie gesucht oder so, also es scheint so, dass das zumindest in Deutschland nicht irgendwo offiziell verboten ist, gerne korrigiert mich in den Kommentaren, aber ihr habt jetzt den Artikel gesehen, eben nach dem Frankfurt-Spiel dann auch raus, äh, dass der Dachverband der Fanhilfen im Pfefferspray-Verbot in Deutschland fordert und wenn der ein Verbot fordert, dann gibt es das ja scheinbar aktuell, ähm, noch nicht, weil eben viele auch da gesagt haben, sofort als Argument immer wieder Pfefferspray dürfen die gar nicht machen, bin mir jetzt gar nicht, gar nicht so sicher, ob das irgendwo feststeht, scheinbar nicht, ähm, drumherum heißt auch aus der Meinung der Frankfurt-Fans, sag ich mal, dass die Polizei hier wohl von Beginn an einen großen Polizeieinsatz geplant hätte und eben aus Fans Sicht einen auch überzogenen Polizeieinsatz geplant hätte, ähm, auch noch ein Fakt ist, dass es zu Beginn die Polizei eine Falschmeldung verbreitet hat, es solle Auseinandersetzungen zwischen den Frankfurt- und VfB-Fans gegeben haben, das wurde aber, also weil mittendrin, ne, während die Gerüchte heiß her waren und du nur gesehen hast, im Frankfurt-Blog passiert nichts, da ist eine Lücke, was ist da passiert und da haben sie das verbreitet auf Social Media die Polizei, wurde aber von allen Fan-Erlebnissen, Augenberichten, auch den Verein offiziell dementiert, am Ende auch raus aus irgendwelchen finalen Berichten von der Polizei, also wirklich einfach eine Falschmeldung, die halt trotzdem dann, ja, vielleicht einfach zu schnell auch dann auf Social Media live ging, ähm, das so ein bisschen die Fakten, die Hauptfakten, wie gesagt, auch da gerne Korrektur in die Kommentare, falls was fehlt, ähm, jetzt eben so ein bisschen persönliche Meinung, sag ich mal, ähm, und eben nicht so vermischt wie letztes Mal, ne, ein bisschen Struktur hier drin, ähm, bei diesem Thema Fans gegen Polizei oder eben andersrum, ähm, zuerst Thema Fans, hier scheint ja diesmal zumindest klar zu sein, dass hier der Ursprung lag, ne, und so gesehen eben auch eine große Grundschuld bei denen, und das muss man auch nochmal ganz klar immer sagen, einzelnen, gewaltbereiten, wie auch immer Fans, da gibt es auch nichts zu pauschalisieren, es gibt ja nicht diese eine Fanszene, diese eine Ultraszene, diesen einen Fan, ne, diesen, ne, gibt es ja nicht, kann es nicht pauschalisieren, es sind halt leider immer oft Einzelne, äh, die Scheiße bauen, das sind wir beim Thema Kollektivstrafen und so Geschichten, aber hier muss ich ganz klar sagen, so wie es berichtet wird, ne, auch wie gesagt, Frankfurt-Statement gibt es hier sehr wenig bis eigentlich nichts, das mich hier dazu bringt, zu sagen, dass die Polizei schuld an der ursprünglichen Eskalation ist, so. Das einzige Mini-Mini-Argument, was manche bringen, ist das mit dem Ordner in zivil, und dass hier vielleicht schon von Beginn an, äh, viel Polizei da war, das ist halt für mich, sorry, keine Ausrede, ne, vielleicht bin ich da auch einfach ein zu normaler Fan, ne, wie gesagt, ich habe auch selbst null Verbindung in Fanszenen oder sonst was, ne, überhaupt nicht in die Ecke rein, gar nicht, ähm, gehe halt ins Stadion, so, bin halt Fan, leidenschaftlicher Fan, aber, ne, nicht so tief da drin, ähm, aber wenn ich ins Stadion in meinen Block gehe, dann zeige ich mein Ticket, gehe zu meinem Platz und fertig, so. Sich da reindrücken, respektlos zu Ordnern sein, das geht einfach nicht, dann irgendwie 20 Leute auf einen Ordner drauf, da gibt es halt absolut keine schöne Rednerei für, gibt es einfach nicht, ganz, ganz klare Schuld und auch ganz klar komplett zu verurteilen, oder an der Frankfurt getan, ähm, bei den eigenen Fans, ähm, dann kommt Polizei dazu und das Ganze eskaliert hier, ne, ich muss es, muss mir leider ja so hinschreiben, so ist eigentlich schade, weil man muss ja leider sagen, ist ja klar, ne, 20 auf den Ordnern, Polizei kommt dazu, was passiert, klar, auch auf die Polizei wird dann, ne, attackiert, eingeprügelt, wie auch immer, ähm, wie gesagt, ich will eigentlich fast da nicht hinschreiben müssen, dass es klar ist, aber es ist halt leider klar in diesen Bereichen im Stadion mit diesem Grundhass und so Geschichten, diese Grundthematik, ähm, aber ganz grundsätzlich jegliche Prügelei, jegliche Gewalt im Stadion sollte halt einfach nichts sein, wozu man sagt, ist ja klar, ist das passiert, ganz einfach, das einfach zu verurteilen, ähm, muss auch da sagen, wie gesagt, findest du auch teilweise dann auch echt krass, eben mit dem Beispiel hier vor dem Blog, Ticketkontrolle und so weiter, ähm, wie gesagt, auch da ohne grundsätzlich irgendwas gegen Fans sehen zu haben, wie gesagt, das sind immer meistens Einzelfälle oder Einzelgeschichten dann, aber wie sehr man da, oder wenn man jetzt in der Rede bleibt, wie sehr da manche, sag ich mal, zu einem Anspruch leben, dass einem Teile im Stadion gehören, so, dass so rein hierarchisch unter den Fans, sag ich mal, tun sie das halt auch, so einfach aus Tradition, seit Jahren ist es einfach so, Stehbereich vorne Kapo, die Ultras, ne, Stimmungsantreiber von vorne, ist auch alles in Ordnung so, quasi so eine Art Rangordnung auch im Stehbereich, du weißt, wo du stehen kannst, wo du nicht stehen kannst und so Geschichten, wo wer steht, ne, aber ich sag mal, rechtlich, in Sachen Machtposition oder sonst was, ist das halt echt drüber so, keiner hat ein Recht, auf einen Ordnung oder sonst wen loszugehen, weil er vor deinem Blog steht und dein scheiß Ticket sehen will, keiner hat ein Recht dazu, ganz simpel, und da, ja, einfach nicht gewaltartig zu sein oder sowas, ähm, das ist einfach Quatsch, so, bei mir ja auch in dem Fall, da war ja auch keine Gewalt dabei oder sowas, war ein nettes Gespräch da, das habt ihr auch mitbekommen, aber zumindest so die Blume kam schon durch, so, wenn du dem Gespräch nicht horchst, wenn du weiterhin filmst in der Kurve, dann gibt's da ein paar, die haben da noch weniger Lust drauf, als ich, der mit dir hier gerade sachlich drüber redet, hab's ja selber auch erlebt, ne, mit meinem Videoverbot, selbst im Sitzbereich über dem Steher, diese Anspruchshaltung, dieses, man ist da der Chefhaltung, find ich da teilweise schon ein bisschen arg krass, ähm, hat man jetzt ja auch gesehen, was daraus entstehen kann eben, auch dieses Ding von, ich hatte die Polizei nichts zu suchen, Attitüde, wir hatten es ja beim VfB gegen Dortmund, hat man das ja auch mit dabei, äh, wo ja auch so ein bisschen das, ein Hauptgrund war, dass die eigentlich da nicht stehen sollten, und, ey, ne, wenn Absprachen da waren, dass sie da nicht stehen werden, und sie stehen dann da, dann ist scheiße, aber dieser Grundsatz von, hier hat die Polizei nichts zu suchen, diese Attitüde, oder sich allein schon für die Anwesenheit, so dermaßen provozieren zu lassen, sehe ich irgendwie auch nicht, ne, hab's auch in Mainz erlebt, bei unserem Auswärtsspiel in Mainz, auch das war Eingang zum Sitzbereich, gab's halt zwei Eingänge, einer zum Steher, einer zum Sitzer, war Eingang zum Sitzbereich, und da auch stand irgendwie ein, zwei Ordner da, auch so ein Gitter, so ein Absperrungsgitter halt, so ein Teil stand da, es hat auch einfach irgendwann vorm Spiel, einfach random paar Leute durch dieses Gitter durchgerannt, weggetreten, dann ordnen vorbei, und in den Block rein, so, das mal so ganz generell, sehe ich nicht, verstehe ich nicht, finde ich, keine Ahnung, finde ich einfach nicht, nicht okay, so, es ist mehr als aller Ehren wert, was die Szenen jedes Mal aus Neue abreißen, Choreos, Stimmung, jedes Spiel dabei, da bin ich ja auch einer, der es immer anspricht, immer lobt, auch immer völlig zu Recht anspricht, aber das Stadion, und auch der Fanblock, ist halt ganz, ganz simpel, kein, auch kein rechtsfreier Raum, und der gehört auch keinem, so, das will ich so ein bisschen darauf hinaus, bin auch der Erste, rein ja auch deswegen, weil ich ja ein Fan bin, sage ich auch jedes Mal dazu, aus den letzten Wochen habe ich es immer dazu gesagt, bei so den Debatten-Polizeifans, der nach Punkten sucht, um die Fans zu verteidigen oder sowas, das ist aber hier halt für mich überhaupt nicht möglich, nachdem was so berichtet wurde, auch das Werfen von diesen Metallkirchen und sowas, geht halt überhaupt nicht, aber ganz klare Sympathie, und ganz klar Mitgefühl, ist natürlich auch bei allen Verletzten, das ist ganz, ganz klar, sowas sollte im Stallion nicht passieren, jeder sollte unversehrt rein und raus, vor allem natürlich bei den ganzen Unbeteiligten, Kindern und so weiter, das ist einfach nur schrecklich, so, was man da gelesen hat, lesen musste, muss ich einfach sagen, und dann kommen wir jetzt zum Polizei, Fans abgehakt, kommen wir zur Polizei, denn, wie so oft, ist jetzt nicht vielleicht die Intention, oder eben der Einsatz an sich, das Problem, weil dass der Ordner da jetzt, sich irgendwie, ja, da rausretten will, und Leute reinkommen und so, ist ja erstmal normal, aber eben die Art und Weise, ne, ist ja auch da, nicht das erste Mal, es eben auch Unbeteilgte erwischt werden, und eben auch da, immer eine grundsätzliche Frage da ist, nach der Verhältnismäßigkeit, nach den Mitteln, die zum Einsatz kommen, die immer wieder aufgestellt werden bei der Polizei, Thema Pfefferspray, hatte ich ja vorhin auch schon, bleibt immer ein Thema, ähm, klar, das ist dann irgendeine Form von Gefecht, wie auch immer, sag ich mal, aber auch da, vielleicht übertreibe ich da, ich denke aber eigentlich nicht, erwarte ich mir mehr Kalkül, sag ich mal, weniger das Gefühl, wenn du dir so Clips anguckst, und sowas, dass auch bei der Polizei, so eine Auf-die-Fresse, oder egal, wen es jetzt erwischt, und jetzt bin ich dabei, jetzt habe ich da Bock drauf, das kommt dir so zu viel in Clips rüber, dass du da gefühlt, nicht Polizei gegen Fans hast, sondern teilweise irgendwie gefühlt Fans gegen Fans hast, oder eben einfach gewaltbereite Menschen gegen gewaltbereite Menschen hast, so, ähm, das muss halt vielleicht ein bisschen anders sein, so, wie gesagt, Machtposition Polizei, ne, Machtposition, Vorbildfunktion, die haben die Fans auch, ne, ist ja auch ganz klar, die Ausbildung von der Polizei, wie gesagt, erwarte ich mir ein bisschen mehr Kalkül, eben genau diese, diese Situationen, vielleicht ist es manchmal unabdingbar, wegen der Enge im Raum oder so, dass es eben Unbeteiligte trifft, aber eben diese Menge und diese Häufigkeiten, wie oft das berichtet wird, und auch diese Menge, die es jetzt wohl dann eben in Frankfurt auch war, wie gesagt, auch Kinder, ist immer ein krasses Beispiel, ne, generell eben einfach die Unbeteiligten, ähm, stell einfach diese Frage auf, ob man es anders handhaben kann, ob man da anders gegen die Fans dann vorgehen kann, in diesen Gefechten, wie auch immer man, ähm, äh, ja, dann formulieren will, um eben, ja, die Unbeteiligten ein bisschen mehr rauszulassen, oder ob man einfach wirklich ein bisschen arg zu, ja, zu wahllos agiert wird von der Polizei, das ist so ein Thema, das irgendwie aufgeklärt werden müsste, die Einsatzarten weisen, ne, wie viele Leute stelle ich auch an ein Spiel daran, Hochrisikospiel ist immer so ein Thema, da ist eben auch immer das Problem, was eben auch die Fans meistens haben, klärt, wer klärt das auf, kaum eine Aufklärung, wer klärt das auf, plus eben dann, klärt die Polizei es wieder auf, weil es ist so meistens ja irgendwie für das Ende vom Lied, dass die Polizei dann ihren eigenen Einsatz hinterfragt, ihren eigenen Einsatz aufklärt, und das bringt ja nichts so, und das Thema ist ja auch komplett uralt, und ganz klar, vorhin ja auch schon angesprochen, geht sowas wie diese Falschmeldungen, geht einfach nicht, und, ja, schmeißt ja nur weiter, in das Feuer rein, so, bei VfB gegen Dortmund gab es das ja wohl auch schon, ne, ähm, hier quasi Fans hätten sich gewehrt, oder hätten Polizei eingegangen, oder sowas, das schien ja auch nicht so ganz zu stimmen, oder hätten sich geweigert, den Platz zu verlassen, und so Geschichten, wurde ja auch anders, anders, äh, berichtet, auch von, eben aus der Fan raus, Fanhilfe raus, und so weiter, dass sie eben kooperativ waren, und sowas, also es gab es da wohl auch schon, aber jetzt eben hier war es ein perfektes Beispiel, dass es ja wirklich, es war ja nicht, es ist ja nicht der Fall, dass die Polizei jetzt geschrieben hat, die Fans vom VfB und die Frankfurt-Fans hätten sich geprügelt, und nur die VfB-Fans und die Frankfurt-Fans hätten gesagt, nö, das stimmt nicht, sondern wirklich jeder Bericht, jedes offizielle Vereinsstatement, wie auch bei Frankfurt ja vorhin gesehen, dass er wirklich auch sehr neutral war, zumindest mal nicht, nicht irgendwie in Schutz nehmend war, für seine eigenen Fans, oder wie auch immer, sondern wirklich komplett neutral war, alle, alle, die gefragt wurden, haben es dementiert, und das ist dann halt schon wirklich, wirklich krass, ähm, ja, so ein, so eine Falschmeldung einfach rauszujagen, ne, so mittendrin, so, alle fragen sich gerade, was abgeht, gucken ein bisschen auf Twitter und so weiter, und dann kommt da eine Falschmeldung, also da muss man schon dermaßen auf Richtigkeit achten, Richtigkeit statt Schnelligkeit, habe ich hier aufgeschrieben, ähm, und auch da ganz generell, Berichterstattung mäßig, sollte da auch neutral sein, ähm, weil, ja, so artikelmäßig unsere Geschichte, oder Berichterstattung einfach, ne, wie gesagt, ähm, weder ein Polizeistatement ist die volle Wahrheit, die man abdrucken kann, noch ist ein Fanstatement alleine abgedruckt, die volle Wahrheit, du musst beides einbeziehen, du musst beide zur Rede kommen lassen, beide mit reinnehmen, ähm, sonst halt einfach Quatsch, so, ähm, und ich glaube, damit ist dann auch quasi alles abgehandelt zur Situation bei den Frankfurtern, ähm, hilft natürlich dem Grundthema nicht, ne, dass die Polizei den Fans teilweise Schuld zuspricht, die nicht der Wahrheit entspricht, ne, gleichermaßen, aber eben auch, dass die Fans dann ihren eigenen Fans sehen, sag ich mal, so generell die Thematik gesehen, ich sag mal, zu wenig Schuld zusprechen, beziehungsweise zu viel auf die Polizei schieben, weil selbst bei sowas wurde ja wieder irgendwie argumentiert, oder versucht zu argumentieren, ähm, dass die Polizei an der Eskalation schuld gewesen wäre, oder so Geschichten, da müssen vielleicht auch manche, ja, in Anführungszeichen ihre Fanbrille oder sowas, oder ihre Polizeihassbrille ein bisschen mehr abnehmen, weil das hilft ja auch nichts, also, wie gesagt, so komplette Falschmeldungen wie von den Polizeihelfen überhaupt nichts, aber habe ich auch schon nach Dortmund gesagt, direkt auch da ohne Infos einzuholen, oder irgendwas unter jeden Polizeipost zu schreiben, ihr seid die Letzten, was habt ihr wieder für eine Scheiße gemacht, hilft halt genauso wenig, ne, also, diese generelle, wie auch schon angesprochen, auch diese generelle, ja, Vorverurteilung, und einfach stur in seiner Meinungshaltung, bringt halt wirklich von beiden Seiten nichts, und so kommst du auch nie auf einen Nenner, ich sage, da sehe ich gerade eh keinen Weg, wie das passieren sollte, aber so wird es halt auch auf jeden Fall nicht besser, ne, das ist ja, ähm, das ist ja auch ganz klar, ähm, wie gesagt, hier für mich eine ganz klare, deutliche Grundschuld, der Einzelnen aus der Szene, aus den Ultras, wie auch immer, das eben zur Eskalation kam, und dann eben dieser kranke Fehler von der Polizei mit der Fallschwellung, plus eben Unbeteilgte da in dem großen Maße mit reinzunehmen, geht halt einfach nicht, ähm, ja, und das Ergebnis, ne, das ist ja das Resultat noch, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, war dann eben ein großes Loch im Block, mindestens eine Halbzeit lang, glaube, irgendwann rund um die zweite Halbzeit war es dann wieder ein bisschen verteilter, eben, quasi wieder ein volles Bild abgegeben, aber eben über 90 Minuten keine Stimmung, und da, auch da wieder, ne, aus dem Affekt raus, Spielfazit-Teil im Vlog, wurde ich öfter kritisiert, ne, hab's angesprochen, Thema aus Protest und wie ich dazu stehe, und ob man 90 Minuten lang, ähm, ja, ob das Sinn macht, 90 Minuten lang und sowas, da hab ich eben so ein bisschen außen vor gelassen, plus eben einfach die Infos nicht gehabt, so, das war eben der Fehler da, so die Kritik auch da völlig in Ordnung, ähm, dass, äh, ja, eben, wenn da irgendwie, was weiß ich, 60, 70, auch eben aus Fankreisen und sowas da verletzt sind, da machst du keine Stimmung, ne, ist ja klar, wie gesagt, egal, wer da jetzt schuld ist oder so, ähm, aber da machst du keine Stimmung, ist in Ordnung, sehe ich ein, dass der Punkt da vielleicht ein bisschen, ja, zu einfach gedacht war, oder eben, wie gesagt, die Infos ein bisschen auch da gefehlt haben, aber mein Take bleibt, oder generell für so Protest, wir hatten es ja auch mal 5 Minuten gegen Dortmund jetzt zum Beispiel, aber so generell für Protest bleibt mein Take, es hilft ja am Ende des Tages keinem wirklich aktiv weiter, die Polizei juckt es nicht, die hat dann nur im Zweifelsfall einen einfacheren Spieltag, weil eben in einer Kurve Ruhe ist, alle nur stehen und nichts passiert, der Mannschaft ist komplett geschadet, auch hier wieder, ne, Frankfurt normalerweise eine geile Stimmung, hast ja gehofft auf eine geile Stimmung, zwischen beiden Fanlagern und so weiter, da wäre auch deutlich mehr drin gewesen für Frankfurt, mit Fanstimmung, mit, mit der Stimmung im Hintergrund, ein bisschen push, die hatten ja ihre guten Phasen, wenn da schade mitgeht, ne, passiert vielleicht mehr für Frankfurt, ähm, aber wie gesagt, mit dem Hintergrundwissen von den Flätzen und sowas, das ist natürlich nochmal viel, viel verständlicher, ähm, ja, was ich dann halt komplett, Quatsch fand, hier vor allem wieder Thema Twitter, Thema Social Media, sowieso generell anstrengend, aber auch da wieder anstrengend, wie manche da wirklich uns angegangen haben, dass wir auch aus Solidarität, bitte hätten keine Stimmung machen sollen, und das eigentlich normal wäre, und das halte ich halt wirklich für komplett drüber, erstmal auch da, wir hatten wie gesagt, gegen Dortmund 5 Minuten Stille am Anfang, da hat Dortmund auch Stimmung gemacht, also, hätte ich auch von Dortmund nicht erwartet, oder hätte ich nicht dazu gezwungen, dass sie den mitmachen, die 5 Minuten, weil es ist halt immer noch so ein bisschen, das war kein Dortmund-Thema, sondern eben Stuttgart-Thema, deswegen ist das für mich gepasst, so, aber eben bei dem Beispiel, alle machen das immer, und da darfst du nicht Stimmung machen, war bei uns auch nicht der Fall, ähm, und zur Stimmung, muss ich auch da echt sagen, finde ich, haben wir genug gemacht, also wir haben so dermaßen viele Anti-Polizei und Scheiß-Polizei und sowas, Fangesänge gehabt, und eben damit auch, ne, wenn du Anti-Polizei hast an dem Tag, mit den Vorkommnissen eben auch so gesehen, pro Frankfurt, äh, quasi Fangesänge gehabt, das war so viel, ich glaub, das war echt, glaub, noch nie in 90 Minuten, in der Frequenz von uns, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Blog halt quasi, ähm, ja, diese Anti-Polizei und Scheiß-Polizei-Gesänge gehört, noch nie in der Höhe, noch nie in der Frequenz, ähm, ich hab da eben auch nicht so diese direkte Connection, und nicht so diesen direkten Grundhass in mir, äh, in der Thematik, wie jetzt die Fans sehen und so weiter, deswegen war es für mich auch in der Frequenz, in der Menge fast nervig, muss ich sagen, so, noch ein, zwei mehr, dann hättest du mich wahrscheinlich echt genervt im Auswärtsblock, so, ähm, aber, was ich damit sagen will, da kam mehr als genug von uns, und dazu, wir hatten halt im Stadion während dem Spiel absolut keine Ahnung, also ich zumindest nicht, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, klar, könntest du ein bisschen was suchen, vielleicht auf Twitter, aber da kam ja auch nichts Klares raus, ähm, wir haben gesehen, dass der Blog leer ist, dass da irgendwas passiert sein muss, und das heißt eben, irgendwie 90 Minuten lang einfach keine Stimmung kommt, ähm, ja, Grund, die Schuld, und so weiter, wusste ja kein Mensch, daher halte ich die Forderung, dann eben obendrauf, auf die vielen Antipolizeigesänge und so weiter, dass wir auch 90 Minuten lang hätten schweigen sollen, schon für sehr übertrieben, aber auch hier wieder, es waren einzelne Leute auf Social Media, ne, also auch da wieder nicht zu pauschalisieren, die komplette Frankfurt-Bubble, oder wie auch immer, ähm, und zum Abschluss noch, als thematisch passt, nehme ich es auch noch mit rein, war auch jetzt vor kurzem, weil es eben ja nicht nur unangenehme Meldungen gibt, äh, rund um Fans sehen und so weiter, sondern die natürlich auch vieles Gutes machen, jetzt vor kurzem erst, 6.000 Euro gesammelt vom Kommando Cannstatt und dem Schwabensturm, wohl von der, oder aus der eigenen Feier von denen zusammen, ähm, ähm, zu 130 Jahre VfB sie gemacht haben, gehen 6.000 Euro haben sie gesammelt an die VfB-Stiftung, ähm, fand das passt hier in das Thema, in den Themenblock noch mit rein, deswegen das noch hier zum Abschluss. Dann jetzt zum zweiten Teil, aber auch der mit Skript, einfach für Struktur, einfach um mich selber zu regulieren, sag ich mal, ähm, natürlich da sowieso schon viel im Spielfazit drin gewesen, nach dem Frankfurt-Stadion-Flog quasi, der Teil nach dem Vlog-Teil, deswegen das gerne, vielleicht schon abgecheckt, gerne dann, wer es nicht getan hat, gerne das nochmal abchecken, den Vlog und den Spielfazit, deswegen war auch da schon viel dabei, deswegen hier wieder der Teil mit Statistiken und was so quasi die Tage danach, äh, kam eben und eben dann sind es oft so statistische Auswertungen und so Geschichten und eben natürlich auch wie immer, der wichtige und richtige, ähm, Einwand, Pod Cannstatt, ne, dafür mache ich ja, oder gut, ich würde es auch so für mich rausschreiben, die Statistiken, weil es mir einfach interessiert, die Daten, aber vor allem auch da mache ich es eben für die Kollegen, Einspieler zu Frankfurt und natürlich auch der Einspieler, zu Bremen dann, der im zweiten Video auch, äh, ja, zu Thailand eben auch mit drin ist, mit den Daten, aber eben jetzt auch schon in Pod Cannstatt drin ist, auch jetzt ist er Donnerstag 16 Uhr, ähm, natürlich wissen auch wie die meisten, Pod Cannstatt Donnerstag 16 Uhr, deswegen da auch gerne meine Parts abchecken, plus natürlich auch die komplette Folge mit Philipp und Christian ist ja auch ganz klar, auch viel Input zu den Spielen, ähm, und hier eben auch wie immer ein paar Statistiken rausgeholt, aus dem, äh, Einspieler oder aus den, ja, die Sachen, die ich mir eben angesammelt habe, aber eben deswegen auch der Hinweis zu Pod Cannstatt, einfach weil generell gut ist, aber auch, weil ich eben da noch ein bisschen mehr drin habe und hier immer bewusst auch ein paar Sachen rauslasse, die dann eben im Pod Cannstatt dann, im Einspieler aber noch mit drin sind natürlich, hervorzuheben ist in der Partie und generell in den letzten Wochen ja auch Maximilian Mittelstadt, absolutes Viech, auch schon ein paar Mal angesprochen, auch nach dem Spiel direkt angesprochen, halbe Million gekostet, alles so ein bisschen die Frage, mh, was wird das Ganze, was hat er für ein, ja, wie gut kann er sein, was hat er für einen Impact, wie hoch ist sein Leistungslevel und sowas und der Mann überzeugt hier von Beginn an, eine Kämpfersau, kämpft sich in die Herzen von uns auf jeden Fall, jetzt auch mittlerweile, ähm, natürlich Stammspieler, auch mit der Ito-Verletzung, in der ich auch noch im nächsten Video drauf eingehe, natürlich auch Startelf-Tipp und so Geschichten für Bremen, aber auch in Frankfurt waren natürlich wieder krass, 24 Zweikämpfer der Mann gewonnen, es waren deutlich die meisten auf dem Rasen erstmal, unter beiden Teams, aber eben auch der bisherige Rekord von einem VfB-Spieler in einem Spiel in der laufenden Saison, also in den zwölf Spieltagen, hat kein anderer Spieler mehr Zweikämpfe in einem einzelnen Spiel gewonnen, als Mittelstadt am Samstag im Topspiel in Frankfurt, auch Rekordmann ganz klar natürlich Doppeltorschütze Dennis Undaff, traf doppelt und traf eben auch als erster Spieler in der gesamten Bundesliga-Geschichte, fand ich echt krass den Stats so, weil die, ist ja schon Ewigkeiten Bundesliga-Geschichte so und jetzt erst, sag ich mal, ohne es jetzt schmälern zu wollen, aber jetzt erst wurde das erreicht, nämlich dass derselbe Spieler im selben Spiel in der ersten und in der 45. Minute trifft, hat er aufgestellt jetzt, sieben Tore in den ersten, neun Spielen für Undaff, brutaler Wert, 68 Minuten pro Tor, auch brutaler Wert, auch da schon auf die Zukunft geschaut, Richtung Sommer, Kaufoptionen hießen irgendwann mal 10 Millionen, das ist glaube ich hoch auf irgendwie 12, also irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns da, gerade wenn du jetzt sagst, Gerasil wechselt, wie gesagt, vielleicht schon im Winter, können wir auch später, im nächsten Video drauf, drauf nochmal ganz kurz zu sprechen, oder eben nächsten Sommer, ne, irgendwann wird Gerasil uns ja wahrscheinlich verlassen, wenn er weiter so performt, dann muss er es machen, dann muss er es ziehen, so, er ist auch nicht abgeneigt, natürlich auch dazu gefragt worden, jetzt die Tage, Interviews und so weiter, ist nicht abgeneigt, ähm, und auch da, auch da wurde er zu gefragt, und auch das ist sehr wichtig, und das ist auch, einfach kommt noch, fast noch zwingender, ähm, als, als irgendwas anderes, dass der nominiert werden muss, jetzt hat er natürlich lange keine Chance dazu, ich glaube irgendwann im März oder so, erst mal in der nächsten Länderscheephase, aber wenn Julian Nagelsmann, den Kollegen, mit unserer, mit unserem, ja, Material, was wir im Sturm haben, für Gott auch in einer guten, Stimmung, ja, in einer guten Stimmung, in einer guten Leistung, natürlich gerade, in einer guten Verfassung, danach kommt halt wieder so, so Dux, ein Kevin Behrens und so Geschichten, und ein Havertz, ein Müller, du musst, und darf einpacken, 100%, ob es für die EM reicht, mal schauen, wer weiter performt, mal schauen, und auf jetzt ja auch dann wahrscheinlich noch, noch die größte Chance dann eben, wenn die Gerasi im Afrika Cup ist, und der da 5, 6 Spiele, ja, auch Starter ist bei uns, sich nochmal komplett zu präsentieren, aber den muss er mitnehmen, den muss er zumindest mal nominieren, weil, wenn er es auch nicht tut, dann macht er die Türkei, also ich glaube, Unter fährt auf jeden Fall zur EM, ob mit Deutschland oder mit der Türkei, musst du gucken, ich hoffe sehr, mit Deutschland, Julian Nagelsmann, Julian, nimm mit, jetzt haben wir natürlich dadurch, 27 Punkte auf dem Konto, in der vergangenen Saison, haben wir dafür ganze 30 Spieltage gebraucht, ich glaube, dann waren es 28 nach dem 30., absoluter Wahnsinn, 9 Punkte vor Platz 8, ein bisschen unsere Europa-Hoffnungen, oder Europa-Hoffnungen, jetzt werde ich wieder in den Kommentaren geflamed, und wie kann ich denn denken, Platz 16 in Europa-Hoffnungen, überdrehen wir nicht, falsches Wort, unsere Europa-Träumerei, sagt man so, wo man es gerade rein singt, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, Stuttgart International, ne, deswegen, 9 Punkte vor Platz 8, also eben vor dem ersten, nicht-europäischen Platz, das ist schon eine Menge, 9 Punkte, oder es natürlich auch eine Menge ist, ne, Schuze, bleib bei deinen Leisten, bleib bei deinen 36, 37 Punkten, die du brauchst, für den sicheren Nicht-Abstieg, in den letzten Jahren zumindest, 18 Punkte Abstand, 18 Punkte Abstand, auf Platz 15, ne, da geteilt, zweitbeste Bundesliga-Saison-Statt, mit 1996 unter Löw, besser lief es noch unter Maga, 2003, damals waren es 30 Punkte, und auch damals wurde der Hinrunden-Rekord, glaube ich, aufgestellt, mit 35 Punkten, 9 Siege in 12 Spielen, gab es auch nur, und dann eben auch zuletzt, vor ebenen 20 Jahren, also 2003, und dritter Platz jetzt in der Tabelle aktuell, und jetzt kommt was, haben mich auch schon einen weggegrinst, für den Einspieler beim Bolkanstadt, und auch das muss hier mit rein, weil es absoluter Wahnsinn ist, weil da geht mir echt meinen, ich sag mal, meinen Statistik-Daten-Fan, wie auch immer, Herz auf, in der englischen Liga, fangen wir erstmal damit an, gibt es ja die Big Six Teams, deswegen auch hier der Fokus, auf die aktuellen Top 6 in der Bundesliga, sowieso schon krass genug, dass wir da mit drin stehen, aber das sind gerade Leverkusen, Bayern, wir, Dortmund, Leipzig und Hoffenheim, und jetzt kommt eben der kranke Scheiß, Underset.com ist hier die Quelle, die hier für Expected Goals, Expected Goals, Against und Expected Points da sind, und da performt der VfB eben in allen, dieser drei statistischen Werte, wir haben 0,54 Tore weniger erzielt, als zu erwarten war, 2,78 Gegentore mehr kassiert, als zu erwarten war, 1,16 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war, und jetzt eben der Vergleich zu den anderen fünf Klubs, aus den Top 6, Dortmund hat auch 0,4 Tore weniger, als hier das zu erwarten war, sonst sind die alle am Überperformen, man kann festhalten, der VfB unterperformt in allen dieser drei Werte, während die anderen fünf Teams, in natürlich dann insgesamt 15 Werten, nur dieses eine einzige Mal bei Dortmund, mit den Toren auch leicht unterperformen, sonst sind das 14 von 15 Werte, dieser anderen Top 5 in unserer Top 6 aktuell, die eine Überperformance haben, heißt, die sind quasi höher, als sie sein müssten, oder stehen, ich sag mal, ganz runtergebrochen, unverdienter da, als wir da stehen, wo wir gerade stehen, weil wir in drei von drei Werten, sogar unterperformen, sogar noch einen Punkt zum Beispiel, hätten mehr auf dem Konto haben können, das ist unglaublich, das ist eine krasse Statistik, das finde ich wirklich krass, vielleicht kann es irgendwer nachvollziehen, keine Ahnung, gerne in die Kommentare dazu, aber ich finde das einen brutal krassen Wert, wir sind da mehr als verdient, wo wir sind, und da wie immer das Fazit, es ist alles zu geil aktuell, fertig, es ist zu schön, um wahr zu sein, danke an Hoeneß, der jetzt immer noch auf seinem 2, was weiß ich, 2,1 Punkt steht, oder was auch immer der jetzt fährt, wer das übergreift, seitdem er da ist, bei uns auch komplett absurder Wert, danke an das Team, an die Fans, an alles, es ist einfach alles so dermaßen wohltuend, sage ich auch schon seit Wochen, es ist so wohltuend aktuell, nach den letzten Jahren, deswegen dieser Fangetang ist ja so perfekt, nach all der Scheiße, ein Jahrzehnt lang irgendwie, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, mal gucken, ob es auf die Reise geht, wenn wir jetzt am Ende Platz 9 werden, weint auch keiner, aber natürlich wäre es umso schöner, oder umso krasser, wenn es doch irgendwie europäisch hingeht, aber es ist ein Thema für viel, viel spätere Spieltage, trotzdem natürlich auch da dürfen wir uns feiern, dürfen wir auch die Witze machen, dürfen wir witzig uns feiern, sage ich mal kombiniert, für den Tabellenplatz, für die Performance und so weiter, es ist komplett wohltuend, nach diesen ganzen letzten Jahren, das hat sich jeder Fan verdient, der die ganze Scheiße mitgemacht hat, ja und einfach genießen, genießen, genießen und damit bin ich hier durch, mit dem ersten Part, mit dem ersten Video von diesem Zweiteiler hier, mit dem langen Part zu den Fans, mit dem Part, statistischen Part und so weiter, zum Frankfurt, nochmal rückblickend, gerne wie immer, jegliche Geschichten, in die Kommentare von euch, gerne, natürlich auch wie immer gerne, kostenlos, like und ablassen, ganz klare Geschichte, im zweiten Teil dann eben, ja, der Mix, der Mischmasch an VfB News und dann Vorbericht, auch da natürlich, vor allem statistisch Vorbericht, auf Werder Bremen, danke fürs Zuschauen, natürlich hier viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.